Hallo, ich bin hier Tortellette und ich will uns sagen, dass wir wieder mal hier sind bei B.L.H. Ja, und wir sind auch wieder mal. Hi, noch mehr von diesem nächsten Monat hier in 2027. Genau, ich hoffe, dass ihr uns wieder mal seht in diesem Video bei B.L.H. Genau, und harte mal, was wir wieder spielen. Wir spielen nicht, nicht ein neues Mario Party spielen. Nein, wir spielen, wenn wir mal das alte Mario Party spielen, Super Mario Party. Warte mal, es gibt zwei Super Mario Partys, das wusste ich nicht. Äh, nein, mein Satz, du siehst, es gibt noch ein anderes Spiel, das haben wir so lange gespielt, als du noch nicht da warst. Oh, natürlich ist meine Roselina, das wusste ich überhaupt selbst so. Ja, du wirst ein Wunder erleben. Lieber Waluwinsie, den Tag an wirst du auch das neue M. Wir spielen mit Roselina, Pete und Mario zusammen. Oh, na klar, und ich bin nicht wieder mit dabei, das habe ich vermutet. Naja, Daisy, aber du hast auch mal in diesem Spiel oft vieles gemacht. Aber Waluwinsie muss auch mal von Mario Party spielen. Ich war's per Hätte Einzel. Alles Taten kannst du auch mal uns wieder spielen. Das, was Pech ist dir. Ach, das, was fest du mir sehr hat. Pete, weh mal. Hm. Ja, aber dieses Mal ist mir wieder mal das Bier, wo wir mal in dieser nach Hina waren. Also, als ich jetzt die Toilette genommen habe, nehmen wir jetzt meine. Wieso denn aus das? Na, weiß ich. Lieg an sie, letztes Mal haben wir deins genommen. Ah, ich weiß, was du meinst, Todd. Du meinst aber dieses Hofenturm, wo wir hochgehen sollen. Ganz selten, Mario. Du hast es gewusst dafür. Ich wusste das davon. Hm, hm. Oh, und was machen wir damit dafür? Das willst du uns dann sehen, Waluwin. Sehen wir, wenn wir in dieses Bier angekommen sind. Genau so ist es ja aus. Und ich will eine gute Abmachung, sehr tot, dass wir jetzt deins nehmen. Weil wenn wir Toilette es weg ist, genommen wir sie. Also, so gut. Aber ich verfehle, dass meiner kann bestimmt viel besser sein als deins. Wir werden dann und wir wollen auch nicht nebenan nicht sein. Davon. Die müssen immer süßthalten. Werden sie niemals vertragen? Ähm, ich weiß es nicht. Nicht, Waluwinzi, aber Fehler ist es mal. Ja, aber jetzt kann man sich keine Zeit so verlieren. Wir wissen jetzt, dass das Bier beginnen. Und, Waluwinzi, wir gehen jetzt dahin. Und dann zeigen wir, wo man dahin geht. Also, hier geht es los bei My New Party. Wie dieses Turmsbier. Das seite mal. So, wir sind jetzt hier. Oh Mann, es ist ganz so dunkel hier. Ja, das war... Also, wie es aussieht... Ja. So, äh, welchen Weg sollen wir jetzt hingehen? Da lang geht's. Ah, ich sehe... Das muss der Turm sein. Genau. Äh... Guck mal. Das ist es. Das macht... Wir... Nehm. Das will mir. Gehen wir dahin. Oh, da sind wir. Ja. Da sind alle da. Genau. Oh, tot ist auch da. Ja, hallo. Wir kommen hier in diesem... Weiß. Ich freue mich, dass ihr jetzt hier seid. Ja, wir freuen uns auf, der tot. Also. So. Hier sind die. Da oben ist Mais. Das ist Tortellettis. Das ist dieser... Ja. Und hier kann man eins, was man will. Dann... Na, sehen wir mal. Wir haben so ein... Tortellettis gehabt. Also... Das muss es sein. Der... Tort... Cap. Gen... Ja, oh. Hm. Sieht ein bisschen in der Karten aus. Aber wir können es probieren. Ja. Der Top Cup. Also. Na, sehen wir mal. Da gibt es irgendwas, was von Hornen. Da von Flachgespießen. Da von Geister abhauen. Und das ist eine Bikefanat. Und das ist das an, wofür viele Dinge als Football-Hins sind. Uh. Na, aber... Aber das ist ein bisschen zu sehr dafür. Wir werden es uns sehen. Aber jetzt geht es los dafür. Okay. Vergesst. Es gibt 5 Punkten dafür. Und was weiß ich, wer gewinnt? Der kickt dann mehr die... Kreise Energie-Punkte dafür. Einer von euch gewinnt es. Ja. Also ich bin bereit. Du auch, Roselina? Ja, ich bin auch bereit. Ah, sehen. Also, dann müssen wir hier lenken. Und dann... Steuern. Oh! Bezahlung, Roselina! Nein, nein, das ist doch kein... Au! Na, kann ja sein. Das ist die Dead. Aber jetzt holen wir wirklich. Drei... Zwei... Eins... Los! Oh! Oh! Au! Oh! Oh Mann, Wiese. Ich hasse Wiese. Die machen mir so langsam. Okay. Oh, da ist hier was. Was ist denn? Warum gehst du da? Star Home. Haha. Ich bin ein bisschen schneller. So schneller wie dir nicht. Hier. Da geht's. Knapp mal. Oh! Aua! Mario! Telefon, aber du bist im Weg. Lass mich im Weg. Ich gewinne jetzt. Und... Gewonnen! Gewonnen! Und... Was gibt es von jetzt? Okay, na seh mal. Es ist auch nicht sehr die mehr. Neffe. Der Punkt da hat Halloween sie. Oh, was wirklich? Ja, das hast du. Oh, was soll man da machen? Das Fleisch ankochen. Okay. Wenn es angepasst ist, ist es lecker. Ja, oh. Ich mach mir gerne zu essen. Ja, das ist noch ein bisschen... Warte mal. Ich habe letzte Woche was gegessen, als meine Frau gerne das Fleisch gegessen hat. Ja. Oh! Vergiss nicht. Das Fleisch muss so ordentlich gut sein. Wenn es länger heiß ist, ist es lecker. Also ich will nicht warten. Mein Kochkind beginnt jetzt. Ach, das ist meine Küche. Wir haben auch eine Küche. Halloween sie, was siehst du? Oh ja. So geht los. Na dann. So. Na los, komm. Oh, vorsichtig. Sonst fällt das Essen runter. Nur keine Sorte. Na du kleines Fleischwissen. Ich mach das Essen lecker. Du warst von meinem Metadessen an. Aber nicht was Kaltes angegessen. Ähm. Na ja. Schon aber nicht. Oh. Bald ist mein Kleid fertig. Nur einen letzten Teil noch? Ach. Der letzte Teil will nicht. Ja. Das werden wir so sehen. Warum? Na nein. Das Kaltes ist gar nicht ganz süß. War doch wie ein Zehn. Papa, warte. Ganz süß ist es nicht. Siehst du? Ich habe getappt. Wer auch. Nur Mario und Pete sind doch übelst. Oh. Oh. Seid ihr beide Snell gewesen? Was sehen wir uns denn aus? So. Lassen wir uns schmecken. Oh. Die Punke sieht ganz anders her. Bisschen langsam. Oh. Jetzt können die Geister laufen. Ah. Vergiss nicht. In diesem Ruhr kommen noch mehr Geister aus. Wirklich? Ja. Guck. Oh Gott. Das wird schnell weg. Und was waren diese Blauplätze hier? Äh. Das bedeutet, die macht... Die ist im Weg. Waluinzi. Oh. Da muss es Roseli sein. Äh. Roselina. Wo bist du? Ich bin da. Ah. Oh. Du bist ein Haus geworfen. Oder ich muss schnell weglaufen. Ah. Nein. Oh. 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 Ja. So viel los dafür. Ja. Oh. Oh Gott. Es will. Ah. Oh Gott. Die gucken aber hässlich an. Muss es dann wenn ihr sie nehmen müsst ihr mit. Sonst wär erst fast den Gassaden getroffen. Ja. Wenn wir uns hinschissen. Ah. Gut. Wo bin ich jetzt, Adal? Ah. Das ist interessanter. Ich geh lieber da rein. Ob wirklich. Ah. 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 Oh Gott. Es will. Mario, was tut das? Ich bin auch noch rausgeworfen. Oh nein, Mario. Gut, ich safe Not. Schnee weg hier. Oh Gott, es weht, Valo Winsli. Du bist so ein Snacker. Ah, Valo Winsli, wie... Nun, waren es? Ich weiß es nicht, aber das war bis zum Beispiel gut gewesen. So, was ist der nächste? Nächstes musst du den Fahrer beignen. Oh, das ist ja kinderleis. Ich hole dir das nicht. Näh die ein, wenn meine Fahrer blitzen. Oh! Was, nein, das war ich gewesen, als Nächstes. Ja, du musst du was geben. Wir holen dieses Gleis ein. Na, fällt ja nicht. Ich hab das sowieso. So, bestimmt. Ne, es war Roselina. Ja. Es geht los. Und ich fahre mit den Fahrern. Ja, ja, ja. Das ist gut für mich. Ich fahre gut. Ich hole euch ein. Ja, und wir holen dieses auch beim Valo Winsli. Ja, ich war schneller. Ja. Sieht ganz schön aus. Ich kann mal eine Minute werden, auch ein bisschen guter. Ja, sehr ganz schön aus. Samir ist klar, schon an das Ende. Ja, da ist das letzte Spiel. Das Football. Vergiss, wenn ihr Lebensarten hast, seid ihr bald Haus. Und wer mehr Minuten hat, hat gewonnen. Oh, das ging ja was. Oh, oh. Aua. Da haben sie was an ihn gekickt. Aber keine Säule bei mir, Tef. Niemand. Oh, oh. Aua. Okay, vielleicht so. Wenn ich getroffen bin. Also geht los? Ja, es geht schon los. Gott, wow. Da hätte ich das Spiel auch nicht genommen. Wunderbar, warum sie es nicht wollten. Ja. Okay, da. Oh, oh. Oh, das war knapp. Oh, oh. Daneben. Aua. Die werfen überall da oben. Oh. Oh, ich bin sehr werkesgut. Seht ihr das mit? Ich bin wirklich gut. Aua. Okay, sind reinig. Aua. Oh Gott, die werden immer schneller. Oh nein, ah. Oh Gott, ist wehend. Die war wirklich so schnell gewesen. Das ist bei Toast geworfen Willen. Na, wenn das war der Kampf und dieser Piskopf doch nicht so einfach wie. Ist das vermutlich so. Oh Mann. Wenn ich Toastelette gleich auf die Piña kegeln. Oh, ja, ja. Wir sind ja schon erst an dem Ende jetzt. Aber ich würde sagen, alle Minispiele sind alle Ladies Schluss. Na, das ist sehr gut. Ich freue mich so, wer gewonnen hat. Ja. Kommt es erst wie nur den Gewinner vor? Ich fühlte mal sehr, dass ich es gewinne. Ja, wenn ich es mir mein Snowball-Regas gut anmachen kann, dann ist es mir prass. Fakt für mich. Oh Mann, Wallowinsie. Wie bei Weißen, überhaupt nicht, dass du gewonnen hast? Nur keine Sorte, meine geliebste Hose Lina. Das werdet du so in deinen Augen mal sehen. Also, Toastelette, ich bin bereit dafür. Na gut. Da freuen sich alle. Es geht los. Oh, es geht los. Oh, oh nein. Wah, es ist Halloween-Sie. Ja, haha. Sieht. Ist Toastelette. Ich wusste. Ist Toastelette. Das aber wirklich gut. Yeah. Yeah, ja, ja. Hm, hm. Ja, Wallowinsie. Ah. Nisir, du hast den höchsten Turm gesaft. Ja, ja, ja. Das ist sehr gerne. Hm. Oh, guck mal, wie das wurde. Ja, sehen wir das mal an. Oh. Warte eine Minute. Bist du wirklich ganz schön gut geworden. Also, fast mal. Einfach reden. Weil, ich habe ein bisschen, aber ein bisschen gut gemacht. Ist genau. Na, so sehr. Selina. Aber ich finde ihn immer der beste für mich. Ich werde sehr. Dieser Tod. Karpin ist mir sehr wunder. Na, schön. Hä? Siehst du, Toastelette? Halloween-Sie macht. Maut diesen Karp. Ich kauf dafür. Oh Mann. Aber Weihnachten. Na, ist jedenfalls viel besser gewesen. Ich glaube, ihr seid beide ein bisschen besser, naja, aber hinten bleiben sie ja. Wir machen einen Applaus für Waloui Vinci als Gewinner vor. Ja, Waloui Vinci, ok, bravo, bravo, ja, Applaus für Waloui Vinci. Ja, bravo, Waloui Vinci, bravo, bravo, ja, danke, danke sehr. Ich wusste, dass ihr liebt nicht. Na, wir lieben es gerne. Hey, habt ihr das? So mal gesehen, dass es Waloui Vinci der beste bin. Und ich will euch sagen, das gefällt mir und mir wunderschön dafür, dass ich in diesen Partys gewonnen habe. Nein, ja, das ist das erste Mal, das du gewonnen hast. Dann Setti Spitz. Ja, dann Setti ist mein Mann. Du hast eben nicht gewusst, dass es nur ein etter Kampf war in dieses Bier. Oh, äh, wirklich? Ähm, natürlich. Das habe ich selbst gleich gewusst. Hast du wohl nicht gerne gewusst, wie es aussieht, oder? Natürlich nicht, Setti. Aber ich habe mir sehr gefreut, dass Waloui Vinci einiges Mal gut kapieren kann. Es hat mir diese Dita, wie ihm jetzt gesagt, das ist ein Pitzkappner. Hm, hm, hm. Hey, belästet mein Nispöter nicht. Ich kling nicht so, was du denkst. Aber mal mit einem hiesn Kopf wie Dita geht das alles nicht so. Hau auf in meinen Kopf zu hauen, das tut weh. Ach ja, so ist doch mal hauen, aber so. Oh, hallo, nichts sagen beiden. Bitte nicht sagen. Aber sie hat angefangen. Okay. Na gut, aber jedenfalls ja. Aus beiden Kaffeln findet ihr euch sehr wunderschön. Zünderf. Dafür. Hm. Ja. Und es ist hilfsame Zeit, dass wir wieder mal hier, wieder mal wieder gehen. Aber wir werden nur eins sagen sehen. Ich hoffe, wenn man es her hat, das Video euch bestimmt. Wenn euch gefallen wird bei Bill H. Zu den nächsten Mario Part, die sie dann... Und wieder mal zu spielen gehen. Genau. Aber mir hat es mir gefreut, dass ich es gewinne. Oh. Das wissen sie bestimmt. In der Halloween, sie. Ach ja. Also mir ist es tatsächlich egal. In dem Todkampf habe ich so ein bisschen Glück gehabt. Wenn ich es in diesem Kampf hier gewesen wäre, hätte ich es gerne umgehausen. Hm. Ich habe ja noch jedenfalls Glück gehabt. Hm. Ich habe ja wenigstens Glück gehabt. Oder Tod? Ähm. Ja, Daisy. Wenn ihr bitte mit gestartet. Ich glaube, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und ich hoffe mal, ich bin mal diesmal mit. Genau wie Opa sagt, der immer sagt. Ich brauche mal mitspielen. Oh ja. Der. Den darf ich auch mal gut vergessen. Hm. Also wir sehen uns nächste Woche wieder. Bei uns in Bill H. Wenn ihr mir so sagtet, ich gehe jetzt. Tschüss. Okay Daisy. Wenn du gehst, gehen wir auf sehr. Also danke, dass ich hier mal wieder mal da war für unser nächstes Video bei Bill H. Ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen sehr. Genau. Und ich hoffe, es hat mir bestimmt gefallen, dass es gut war. Äh. Naja. Rosalina war auch ein bisschen gut gewesen. Oh. Oh. Oh Halloween. Du machst mir. Was für ein Mist dafür. Ja. Ja. Und ich hoffe mal sehr. In nächstes Video geht es wieder von einem Mario Spear, oder? Mehr was alle. Spieler dazu. Gen. Na. So ist es ja. Wir freuen. Top. Ich freue mich auch sehr. Oder mir. Ja sowieso. Hm. Also. Danke, dass ihr hier wieder mal war. Und hier ist es gekommen, ich will ihnen die Kamera ausmachen. Darf ich die Kamera ausmachen? Weil das mein Körper war, kann ich die Kamera ausmachen. Eines hätte ich auch die Kamera ausgemacht, da hätte ich gesehen können. Ich war eines besser. Na komm, du hast doch letztes Mal die Kamera ausgemacht. Oh, wirklich? Ja, das war der, oder? Oder, ähm, naja, ähm. Ach, ist es egal, ich will mir also doch die Kamera ausgemacht. Oh, Roselina, mein Lieb, wenn du sagst, mir immer Glück. Wisse Dinge zahlt bei mir, wenn es rauskommt. Also heißt das immer wohl, darf ich die Kamera ausmachen oder nicht? Natürlich, natürlich, Todd. Das ist kein Problem sehr. Oh, Mann, das ist ja wer, ist was. Was für mich, ähm, naja, Toddelette, lass doch jedenfalls dein Kumpel Todd, Todd jedenfalls die Kamera auszumachen, das war jedenfalls sein Kampf gewesen. Aber ich hätte doch lieber Halloween, so die Kamera auszumachen, als dieser Pitzkopf. Was? Das hab ich, hab ich gehört sehr. Komm schon, Todd, mach die Kamera aus. Ja, ist nicht so, so slim, Toddelette. Ja, komm, das ist man. Ich kann das so ein anderes Mal machen. Genau, du hast es, vielleicht mal ein nächstes Video mal. Nein, also, danke, dass ich hier wieder war bei Bethelhaar. Bin nicht misgestattet, sehr. Ich mach jetzt alles die Kamera aus. Danke, dass sie hier war bei Bethelhaar. Also, ne, wohl. Nein, mein Kopf war es nicht. Ich mach das in meiner Hand. Hier, perfekt. Also, bis bald. Und haben wir einen guten Widersinn an. Und alles. Ich mach das. Vielen Dank.